Heute mal draußen im Freien auf einer Bank. Bank, ein gutes Stichwort für unseren heutigen Steuertipp. Wie Sie Steuern sparen können beim Geldanlegen, das erfahren Sie heute in unserem Video. Herzlich willkommen beim Bund der Steuerzahler Hessen. Mein Name ist Martin Frömel. Bei uns geht es heute um die Besteuerung von Zinsen, Dividenden oder anderen Erträgen aus Geldanlagen oder Geldgeschäften. Wir nehmen beispielhaft mal die Zinsen. Wie werden Zinsen besteuert? Sie zahlen auf Ihre Zinsen Abgeltungssteuer. Die Banken sind grundsätzlich verpflichtet, Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent von Ihren Zinserträgen abzuziehen und an das Finanzamt abzuführen. Dazu kommt dann auch der Solidaritätszuschlag und unter Umständen auch die Kirchensteuer. Aber Sie haben einen Freibetrag, das nennt sich Sparerpauschbetrag, in Höhe von 801 Euro für Ledige und das Doppelte für Ehegarten in Höhe von 1.602 Euro. Und wenn Sie der Bank bzw. Sparkasse einen sogenannten Freistellungsauftrag erteilen, dann muss die Bank bzw. Sparkasse diesen Betrag steuerfrei belassen. Das heißt, Sie können bis zu 801 Euro Zinsen steuerfrei erhalten, bei Ehegarten 1.602 Euro Zinsen. Alles, was darüber hinausgeht, ist zu versteuern und entsprechend haben die Banken die Abgeltungssteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer an das Finanzamt abzuführen. Haben Sie bei mehreren Banken Zinsen, dann können Sie diesen Sparerpauschbetrag aufteilen, je nachdem, wie hoch die Zinsen bei den jeweiligen Banken sind. Was passiert, wenn Sie keinen Freistellungsauftrag erteilt haben? Dann muss die Bank uneingeschränkt von Ihren Zinsen Steuern einbehalten und abführen. Sie können sich aber das Geld unter Umständen beim Finanzamt zurückholen. Das bedeutet, wenn Sie Freistellungsaufträge einreichen, dann sparen Sie unter Umständen die Abgabe einer Steuererklärung. Unser Tipp hier, checken Sie regelmäßig, dass die Freistellungsaufträge noch dem aktuell besten entsprechen. Das bedeutet, wenn Sie bei bestimmten Banken höhere Zinsen haben, dass Sie auch entsprechende Freistellungsaufträge erhöhen oder anders verteilen. Also öfters mal draufstauen und gegebenenfalls die Verteilung verändern. Wenn Sie nur geringe andere Einkünfte haben, dafür aber hohe Zinsen, also eigentlich keine Einkommenssteuer bezahlen müssen, dann können Sie sich die Einkommenssteuererklärung sparen, wenn Sie eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt beantragen. Die gilt drei Jahre. Wenn Sie die bei der Bank dann einreichen, dann werden auch Zinsen über dem Sparerpauschbetrag von 801 Euro hinaus nicht der Besteuerung unterworfen. Das ist natürlich günstig oder sehr gut für Leute, die nur geringe Einkünfte haben, dafür aber hohe Zinsen, zum Beispiel Rentner oder auch Kinder mit besonders hohen Zinseinkünften. Derzeit wird die Höhe des Sparerpauschbetrags in der Politik diskutiert und es ist beabsichtigt, diesen Betrag von 801 Euro deutlich zu erhöhen. Auch wir, der Bund der Steuerzahler, fordern eine deutliche Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Falls Sie in Ihrem eigenen Fall eine Steuererklärung abgeben wollen oder müssen, dann müssen Sie auch bei Zinseinnahmen die Anlage Kapp ausfüllen, soweit Sie Steuern vom Finanzamt zurück wollen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema, insbesondere zur Besteuerung von Zinseinkünften, haben wollen, dann fordern Sie unsere Broschüren an. Wir haben zum einen eine Broschüre für Arbeitnehmer, Steuererklärung 2021 und auch eine für Seniorensteuererklärung, ebenfalls für das Jahr 2021. Zum Bestellen unserer Broschüren, klicken Sie bitte auf den Link in der Videobeschreibung. Das war es für heute mit unserem Tipp zur Zinsbesteuerung. Wenn Sie weitere Steuertipps haben wollen, dann schauen Sie die Videos auf unserem YouTube-Kanal, den Sie kostenlos abonnieren können. Bleiben Sie dem Bund der Steuerzahler wohlgesonnen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund!